Aldemar HD Toll Workless cleaning design for the mine Have seen armed natives bla 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 Hey Leute, hier ist Aldemar mit Be a walker Am Anfang letzter Folge hatten wir viele Probleme Jetzt haben wir eine Missionsreihe Ich glaub ist die einfachsten Die untersten scheinen machbar zu sein Uhhh Harvesting area Uhhh Da kann man ja schon verstehen, warum die vielleicht Ein bisschen sauer sind Aber wir brauchen halt Ressourcen So ist das Unsere Klimaziele Müssen halt verschieben So wie immer Geht halt nicht so leicht Ne Oh Ah Gibt's doch nicht Ah Ich bin schon zweimal ausgemischt Oh oh Wow Habt ihr's gesehen, ich bin Sniper-Macht Ich meine Lauf-Macht Ich will endlich diesen blöden Nebelwerfer austauschen Komm schon, tu mir den Gefallen. Dankeschön. Ich mach jetzt mal die Vorderung schnell Platz. Alter. Okay, wo sind die denn? Meint der, sind hier noch andere? Jetzt kommt jetzt so die finale Welle und wir haben noch nicht mal mehr die Hälfte von Leben. Hahaha, lustig. Haha, lustig. Finish, man. Ich musste das machen, so es wird dann mal geworfen. Nein, bitte! Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Oh Gott sei Dank, jetzt nur noch einem scheiß Oxygen sterben, das wärs ja. Okay, wir haben immer weniger Geld, das wird jetzt wieder noch teurer, wahrscheinlich können wir uns gar nichts kaufen. 64, dann sind wir gleich wie vorher, so 105, Airfilters, Energy Volume, wie siehts mit Waffen aus, hm? Nix, ne? Da war auch nix irgendwie mit Cannon, AC, was ist die Kanone, die wollen wir nicht upgraden, oder? Machen wir mal... Komm, wir machen Energy Volume. Und nehmen jetzt mal... Sollen wir jetzt mal die Mission nehmen mit dem... Animated Natives near K0, äh... Können wir an das mal. Maloma, oh hey! Wir werden das schon schauen können, Baby. Keine Sorge. Regeln das. Wir sind der beste Walker der Welt. Das ist die beste Walker! Ah, ein Strand! Ah, ein Strand! Ah, ein Strand! Hasse sie! Die können immer mindestens einmal drauf fahren. Guck, die haben schon zwei Striche aufgezogen. Ja, lauft meine Kleinen! Die dober- Dichtbar. Die müssen heute zum Beispielen! Die sind nicht gerade noch. Die sind nicht, äh, sie haben einfach gebrochen. Und sie hat sich zu sehen. Sie sind nicht immer wieder. Das ist der andere Verworte. Ich habe sie über die Fallen geworden. Ich habe sie. Sie sind nicht mehr als Erregler. Alter Schwede! Ah, ich liebe die Gatlingern. Ich hab schon mal gesagt, die müssen unbedingt upgraden. Gut, die Kanone macht manchmal auch nur auf einer Seite Schaden. Das ist das Problem. Also, es würde ein Haufen leichter werden, wenn die Waffen nicht immer abwechselnd auf eine bestimmte Seite schießen würden. Oder man sich das aussuchen könnte mit links und rechts Blick. Ja, wenn ich das mal nach hinten gehe. Komm, fall runter jetzt! Ja, kein Getroffen! Oh! 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 Wir halten nicht mehr aus, bitte! Wir müssen zurück! Oh! Boah! Was für ein Unterschied zu den anderen Missionen, die ich da hatte! Meine Güte! Aber ich glaube, wir müssen diese eine Mission schaffen! Ich glaube, ich nehme die Kanone dafür. Oh! Ich glaube nicht, dass ich dafür genug Geld habe! Oh! 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 Wunderheit haben wir nur! Können wir nichts tolles machen! Ähm! Ja! Pass auf! Wir machen das hier! Und danach haben wir genug für, ähm, das Kanonen-Upgrade. Und dann machen wir das mit diesem blöden-Boss nochmal! Mit Ammunition! We 你 ja überhaupt nicht! Wir machen das! Ihriskt zu, was wir noch nicht ganz. Das ist mir auch verwarming. Wir machen das ganze Wacken. Wir machen das jetzt noch. Wir machen das. Ja, die predickeitsfälle! Wir haben alle Hände nicht und wir machen die Hände! Wir machen es. Es tut mir wenn man das zu, was. Der kleine Schwabbel da. Wir schaffen das, wir schaffen das. Na toll, hättest du doch gut getroffen. Oh Gott, kommt bestimmt noch eins. Komm! Ha ha ha! Oh nein, das sind jetzt schon gute. Komm, lasst sie doch, fallt doch runter, wenn die doch wenigstens runterfallen würden. Oh Mann ey! Oh shit! Das war die einzige Möglichkeit. So, wenn es noch ein Angriff kommt, dann ist es lächerlich. Also, tut mir leid, das muss doch irgendwann mal aufhören. Das ist halt... Ich hab kein Geld, ich muss ja auch reparieren. Guck mal! Meine Lebensenergie. Das wird ja immer teurer, desto mehr... Oh Mann ey! Das sieht mir bestimmt der Sauerstoff aus. Okay. 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 Ich hab' mir wohl's schaffen. Oh Gott sei Dank! Oh Gott. Okay. 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 Okay, man kann sich nochmal upgraden, sparen aber die Kohle, da kommt jetzt die Kanone hier rein, äh, ne, hier, ha, achso, ist eine neue Kanone, I understand. Damage Error, 3 Meter, 12 Sekunden Reloading Time, na gut, dann machen wir jetzt mal die Dings-Mission, gucken wir mal, ob die schaffen, ein Versuch, ich schaffe noch, Dr. Schemmington, und los geht's. Wir wissen, ob ich diese Sperre abschießen kann von diesen Combing-Geräusen-Typen. Ja, ich guck nicht, ich kann nichts machen, weil da jeder... Aber die Kanone ist schnell nachgeladen, das gefällt mir. Ein paar mehr Waffen, ne, dann würden echt gut tun. Okay. Willkommen an Bord. So jetzt haben wir noch mehr Leben auf jeden Fall. Das können was werden. Mal gucken. Schade, manchmal hat das ein guten Rad, manchmal nicht. Ja, guck. Zwei Gegner verschoben. Beide. Die Kanone ist total komisch. Ja, und das, wenn sie zu weit vor mir sind, kann ich sie auch nicht treffen. Guck da. Versteh ich halt nicht. Das ist leider, das ist, ich mein, das Spiel ist schon so schwer, da sollte das funktionieren. Jetzt kommt der Endboss. Guck mal, unser Leben. Toll. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Scheiß, falsche Seite. Falsche Seite, das war's. Oh Mann, das ist zu krass. Leute, ich höre erstmal auf mit Bio Walker. Das ist einfach wie auf Wehr. Wir warten auf den Release. Ich warte auf den ersten Balance Patch, der 100%ig kommt. Und dann spielen wir weiter, würde ich sagen. Ja, es ist ja neulich mal released, jetzt wo ich hier spiele. Und kein Feedback da. Leute, wir sehen uns wieder. Und bis dahin, haut rein. Das ist ein tolles Spiel, wirklich. Ich will weiterspielen, weil es hat mehrere Kapitel. Ja, also, das würde ich sehen. Haut rein, Leute. Also, Herr Schoen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.